Nacht Tag Nacht Tag Nacht Oh, da ist ja noch einer von meiner Sorte. Ist das Alan? Alan! Hey! Alan! 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 Oh, das ist nicht Alan. Steve! Nein, Steve! 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 Bitte öffnen Sie jetzt den Mund, mein Herr. Okay. Gehen Sie, äh, gehen Sie in nächster Zeit in Urlaub? Äh, ich glaube... Ja, ja, versuchen Sie bitte nicht zu sprechen, wenn ich meine Hände in Ihrem Mund habe, mein Herr. Aha. Naja, meine Frau und ich überlegen, ins Ausland zu gehen. Haben Sie Kinder? Ja, ja, ja. Sprechen Sie bitte nicht, wenn ich meine Hände in Ihrem Mund habe, mein Herr. Oh, oh no. Sie haben hauptsächlich Bananen gegessen, richtig? Ja, ja, Bananen, ja. Ja, ich werd's Ihnen nicht nochmal sagen. Sprechen Sie bitte nicht, wenn ich gerade in Ihrem Mund arbeite. Zum Abschluss müsste ich noch kurz Ihren Atem riechen. Oh, oh Gott, das ist widerlich. Ich muss mich mal kurz hinlegen. Oh Gott. Oh nein, das ist doch nicht Sie. Dann ist es Alan. Alan! 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 I don't want to see you. Entschuldigung, Kumpel. Du stehst auf meinem Platz. Kannst du dir jetzt mal einen Platz suchen? Nein, dann guck ich. Ich hab mir diesen Platz reserviert. Könntest du bitte weg... Geh nicht mehr! Geh du doch weg! Ja, gehst du dann bitte weg oder... Nein! Okay. Gut. Was hast du davon? Gefällt dir das? Dann geh einfach weg. Geh du weg! Geh weg! Geh weg verdammt! Schwinde, geh weg! Hat da jemand meinen Namen gerufen? Hey, 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 hey! Ha, 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 ha!